Sag noch mal, wie war's? Ja, hallo! Wie geht die Massage? Ja, die Massage war ganz besonders. Ich habe das noch nie gehabt. Erst dachte ich, wie kann das sein, wenn jemand auf dir steht, auf dir kniet, drückt, mit dem Ellenbogen. Und bei der Demonstration habe ich sie bei einem anderen gesehen. Und dann dachte ich, aber ich möchte das selber spüren. Ich möchte wissen, wie das ist. Und es war ein sehr, sehr gutes Erlebnis. Obwohl wir ja hier es nur kurz machen können. Trotzdem spüre ich sehr, sehr deutlich die Wirkung. Und ja, es macht uns noch mehr. Danke, Rose. Danke. Vielen Dank. Das ist jeder Gast. Jeder Gast hat mir gemacht. Wir machen unterschiedlich. Aber wir machen wir vorsichtig. Aber ich bedanke mich sehr, dass sie gibt mit Massage in den Kopf. Ja, super. Und das ist, wenn richtig gemacht hat, das ist richtig angenehm. Ja, aber du bist aber auch eine ganz besondere Therapeutin. Das muss ich sagen. Du strahlst von innen. Und ich glaube, das macht auch ein großes Stück deiner Freude an der Arbeit aus. Ja. Und das ist auch schön für all die, die Klienten sind und von Rose eine Thai-Massage für die Knochen. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.